tot bei tages lichtfreund mitten in der runde und wie geht's schreibt es mal unten in die kommentare schreibt noch irgendwas in die kommentare weil, nein, geh weg ja, ich hab die ich hab ein eck verscheucht Leute warum machst du das? wieso, David, wieso wieso sind wir keine Freunde? er geht einfach, cool, cool, danke man ah, ich bin genauso schlecht ich beschwere mich dass er kacke ist und scheiß direkt rein hörst du kein witzig oh man, gute runde, wa? ja, wir machen jetzt auf den spart, erst bin Jen fertig wir müssen ein bisschen schwitzi mit sie machen wir dürfen nicht sterben, wenn wir sterben ist die runde obviously vorbei, weil ohne mich gewinn den objektiv betrachtet ok, gewinn die das ohne mich nicht ey, da liegen Beine und Körperteile ich mag den Truck objektiv betrachtet bin ich halt einfach der beste Spieler der Welt ja, da kann man nichts gegen sprechen kappa, ich sag nur so einfach rang, survivor rank 1 ich bin nicht mal survivor rank 17, also oh mein Gott ich weiß bescheid ich habe im letzten Video sogar gesagt, so yo, Fancy DotaSins weiß bescheid, wenn ich ihn angesprochen habe wusste drei bescheid, perfekt heute habe ich gehört, wenn, wenn wir gehittet werden, direkt am Rand heilen einfach nur zur Provokation oh man, ich lieb's irgendwie hab ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen ich habe mich laut ich ampel jetzt mal vor dem rum, wo ist der ja ja hey Bro ey, ich lass dich mal dein Zeug machen okay, ich geh woanders hin alles gut, alles gut kein Stress das geht jetzt hat er so nöt und klatscht jetzt gleich alle einfach um hallo also ich bin Juul ich bin hier Bunnyfang, okay wir können darüber reden objektiv besser skinnen, den es auf diesem Planeten gibt aber das ist halt richtig ich bin Juul, ich bin 19, ich spiel in meiner Freizeit gerne Fußball also, ich weiß nicht, Trapper vielleicht hast du Bock auf eine emotionale Bindung oh, ähm, ich sollte mich bewegen oh man, die Runde ist so wasted einfach Jo, komm, ich will dir auch mal ein paar Punkte gönnen, bitte hau mich mal Dankeschön der hätte jetzt auch nöt haben können, ne der hätte auch nöt haben können, das hätte schief gehen können die Mensch, die hat mich jetzt mit nöt einfach weggeklatscht das wär... das ist a funny as hell, dude reich mich, ich... erstmal Ausgang aufmachen also, ähm, das war eine gute Runde das war eine sehr gute Runde die hat voll Spaß gemacht und so, also, gerne wieder den wir die neuen Animationen haben, kein... oh, 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 schiiiich ich freu mich schon, das ist so... oh, Memo wahrscheinlich war das so nichts besonderes ich geh raus was war das für eine Runde hoffe ich, euch hat das Video gefallen, wenn ihr anlass eine positive Bewertung da und wir sehen uns im nächsten Video wieder wir sehen uns im nächsten Video wir sehen uns im nächsten Video bei der